Servus miteinander, in diesem Video wollen wir gemeinsam uns anschauen, wie Diktaturen entstehen. Zunächst mal ist natürlich ganz klar, dass unsere Welt sehr komplex ist und das nicht immer gleich abläuft. Aber es gibt schon typische Dinge. Typischerweise entstehen Diktaturen dann, wenn wir eine wirtschaftliche, politische, soziale, instabile Lage haben. Um das mal ganz vereinfacht zu machen, es ist ja nachvollziehbar, dass wenn in einer Bevölkerung breite Armut herrscht, dass dann viele Bürgerinnen und Bürger empfänglich sind für ganz einfache Heilsversprechen. Diktaturen kann man danach unterscheiden, mit welchen Motiven und Zielen sie an den Staat gehen bzw. sich begründen. Und da wollen wir jetzt drei Arten unterscheiden. Schauen wir als erstes auf die Beharrungsdiktatur. Hier ist es so, dass eine Staatsordnung bewahrt werden soll oder, wenn sie früher mal existiert hat, wiederhergestellt werden soll. Grundlage ist hier eine Bedrohung bzw. Feinde, die eben entsprechend bekämpft werden soll. Es ist ja aber ganz klar so, dass diese Bedrohungen oder Feinde nicht tatsächlich existieren müssen. Es werden also ganz bewusst Feindbilder publiziert und diese sollen dann eben bekämpft werden. Beispiele sind hier Militärdiktaturen in Lateinamerika in den 1970er Jahren. Hier hat man sich als entsprechendes Feindbild linke Strömungen bzw. den Kommunismus ausgesucht und hat dann eben sich damit entsprechend begründet, dass man sagt, um diesen Kommunismus jetzt zu verhindern, braucht es jetzt eine Militärdiktatur. Das Gegenteil zur Beharrungsdiktatur, das ist die Entwicklungsdiktatur. Hier soll der Staat und die Gesellschaft grundlegend revolutioniert, also verändert werden. Und das entsprechend einer bestimmten Ideologie. Beispiel für eine Entwicklungsdiktatur, dafür können wir nach Russland schauen. Und zwar die Machtübernahme der Bolschewiki 1917 in der sogenannten Oktoberrevolution. Hier war die Begründung eben, um eine sozialistische Ordnung aufzubauen. Also das Versprechen Brot und Frieden war hier entsprechend die Begründung, um eben eine Diktatur, also eine Entwicklungsdiktatur zu etablieren. Ähnlich zur Entwicklungsdiktatur ist die Erziehungsdiktatur. Hier sagt man, es braucht väterlich strenge Führung, um aus einem ehemals unfreien Volk vollwertige Bürger zu machen. Beispiele können wir nach dem Zweiten Weltkrieg finden. Hier kam es in vielen Staaten zu einer Entkolonialisierung. Sprich, der Staat war zunächst besetzt von einem anderen Staat, von der sogenannten Kolonialmacht. Und es ist dann eben entweder gelungen, diese Kolonialmacht zurückzudrängen bzw. die Macht von ihr zurückzuerobern oder die Kolonialmacht hat sich zurückgezogen. Und nun kommt dann eben eine einheimische Führungsgruppe und errichtet eine Diktatur mit der Begründung, dass dies notwendig ist, damit das Land nun stabil und erfolgreich von nun an entsprechend leben und existieren kann.